Hey Leute, willkommen zu einem neuen Display hier zurück, bei mir Kubi in Minecraft und letztens sind wir damit schien geblieben, dass wir angefangen haben eine Mine zu bauen und das habe ich hier zugebaut, damit ihr keiner was merkt. Okay, das Eisen ist jetzt fertig und dann wollte ich letztens noch reden, was ich als neu bekommen habe. Also, ich habe halt mein Handy bei Ebay jetzt verkauft und habe halt neues bekommen, wollte ich einfach nur so sagen, just for fun. Also, so weiß ich nicht, worüber ich reden soll. Ich habe halt ein neues Handy bekommen, das ist das Galaxy Note 2. Okay, das ist ein Slime, den hole ich mir. Ich brauche Slimes. Der ist Spaß, nicht mach ich kaputt. So, noch einer. Oh, Spinne. Tschüss. Ja, auf jeden Fall, ich habe halt das Galaxy Note 2 bekommen, finde ich eigentlich recht geil, weil das Handy... Ich habe es erstens gekauft wegen der Größe, weil... Mein anderes Handy, ich hatte ein Sony Ericsson Arc S davor, das fand ich etwas klein. Das hat einen 4,2 Zoll und das Note 2 hat 5,5. Das ist ein halbes Tablet. Und ja, deswegen habe ich... Ich habe mir das einfach just for fun so geholt. Ja, und ich finde das eigentlich recht geil. Ich mache mir direkt das 2 Spielzacken, dann kann ich länger in der Mine bleiben. Und dann habe ich zu wenig Holz. Scheiße. So, ich muss später nochmal richtig Holz farmen. Auf jeden Fall, das Handy ist eigentlich sehr geil, weil... Es hat einen 4-CAM-Prozessor, 1,6 GHz in 16 GB Internet-Speicher und 1,6 GHz. Also einen 4-CAM-Prozessor mit 1,6 GHz. So. Deswegen finde ich es eigentlich auch recht geil. Spielzacken brauche ich nicht. Fackeln brauche ich nicht. Okay. Dann gehen wir mal runter in die Mine und bauen mal was ab. Ich habe ja da unten schon Dinge gefunden. Jetzt habe ich schon einen Holzklotz dabei. Warum auch immer. Ich habe ja letztens schon Diamanten gefunden. Und jetzt kommen wieder welche... Ja, ich habe ja auch's gecheatet. Das ist immer so. Das ist egal, wenn man am Anfang die Diamanten findet. Hey, ich habe's gecheatet. Was kann ich denn dafür, wenn dann da Diamanten kommen? Ich checke es einfach nicht. Ähm, ich glaube, ich mache einen Gang in die Mitte so rein. Oder ich mache erstmal... Amminus jetzt die Eisenspitze. Ah, egal. Ich baue die Kohle lieber so, aber die geht schneller. Und ich habe kein Holz dabei. Nein, ist vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, was diese Sound ist, aber... Nein, ist aber egal. Ähm, das muss hier so... So, also ich mache da einen Gang rein. Da einen Gang rein. Und da einen rein. Dann weiß ich schon mal, wo ist klar. Okay, ähm... Was für eine Spitzhacke man verzaubert hat. Und der Sound ist ein bisschen laut. Der singt jetzt hier mal ein bisschen runter. Wenn man mich später noch besser hört. Und wegen dem Shader muss ich jetzt öfter Fackeln setzen. Ist eigentlich nicht cool, aber... Also nicht, nicht recht. Nicht cool. Ich habe hier erst so sehr versprochen. Naja. So. Da ist Wasser, das bräuchte ich lieber nicht. Aber hier kann man auch das jetzt hier, weil Wasser reinfließt. Ähm. Aber sonst generell werde ich alle Sachen abonnieren, ich finde. Ja, ähm... Über das Thema weiß ich jetzt nicht, was ich reden soll, weil... Keine Ahnung. Ich habe... Okay. Aber die Folgen gehen eigentlich recht schnell immer vorbei wegen 10 Minuten Parts. Aber ich kann nichts dafür, weil ich... Hab halt... Halt viel mehr öfter was hochladen, als immer nur einen Tag am Video. Keine Ahnung. Äh, ein... Ein Tag am Video. Äh, ein Video am Tag. So rum. Sorry. Ähm, ja, äh... Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich öfter halt was hochladen, weil... Keine Ahnung. Und besser. Kann man auch viel mehr Aufrufen bekommen. Oh blaa. Oh... Oh blaa. Okay, das habt ihr jetzt gerade gehört. Ich bin... Normalerweise kein Deutscher. Okay, ich bin doch... Ich bin in Deutschland geboren, aber ich habe auch eine andere... Ich kann halt andere Sprache sprechen. Deswegen habe ich das jetzt gerade gesagt, aber ich hoffe, ich habe das gestört das nicht. Muss es eigentlich nicht. Können wir hier jemanden finden? Oh blaa. Verdammt, Alter. Ich sage das jetzt immer. Ich gewöhne mir das jetzt ab, Alter. Ich muss mir das jetzt abgewöhnen. Irgendwie falsch. Okay, der Weg ist nicht cool. Scheiße. Wacke. Facke. So, ähm... Ja, auf jeden Fall muss ich mir das Wort jetzt einfach abgewöhnen. Verdammte Scheiße. Scheiße. Oh, Eisen. Aber viel Eisen. Komm ich noch höher? Ja. Entweder sind es hier in der Minernähe oder da sind irgendwo Zombies. So. Jetzt habe ich ihn... Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier einfach sehr viel abbauen. Ich werde, glaube ich, auch etwas längere Zeit jetzt hier bleiben. Oder ich glaube, ich werde die nächste Folge auch nur noch in einem... Über den Aussagen, wenn die Spitzhagen kaputt gehen. Also ich bleibe so lange, bis die beiden Spitzhagen kaputt sind. Ganz einfach. Ah, Scheiße. Ich muss jetzt langsam wieder runtergehen auf Stufe 10. Ich sage, jetzt höhe... Ah, verdammt. Höhe 10, höhe 10, höhe 10. Ja, höhe 10. Deswegen sind ich jetzt vermös. So. So. Äh. Können wir auch keine Lover zu fallen wegen den Diamanten. Äh. 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 Ähm. Jetzt muss ich das eben so ein bisschen abgrenzen, damit ich die Redstone bekomme. Wenn ich die Redstone bekomme. Weil ich habe nur so ein paar Sachen vor. Mit dem Redstone. Kann ich, äh. Ich glaube, ich mache... Oh, ja. Oh. Ich glaube, ich mache doch lieber mal die Zimmis aus, weil ich habe keinen Bock zu sterben. Ich habe doch was Feines gefunden. Hier ist Wasser. Oh. Oh. Ich mache meine Fackel weg, Alter. Ich mache meine Fackel weg, Alter. Hi. Ich mache solche Teile. Und das Geile ist, ich kann es holzerbauen. Dadurch kann ich mir auf meine Fackel machen. Ist ja nicht diese Sicht auch voll eingestellt. Hell. So, ähm. Ich habe jetzt so und so viel Holz. Vielleicht kann ich mir so viel Dingens machen. Und Kohle habe ich auch etwas. Aber nur etwas. Und, ja. Ich merke gerade, wir sind jetzt schon wieder fast am Ende der Folge. Ich habe... Oder? Ja, wir sind am Ende der Folge. Ja, und dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal. Und ciao.